Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Heute sind wir auf der Traumschleife Himmel Gaspard unterwegs. Diese Tour hat etwa 7,4 Kilometer und wenn ihr wissen wollt wie diese Wanderung so ist, dann kommt mit. Eige Mäue. G'mäue. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Noch etwa 1,5 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Auto. Die Tour hat uns eigentlich ganz gut gefallen. Das einzigste, was gestört hatte, war der Verkehrslärm und dass wir einige hundert Meter an der Landstraße vorbeigelaufen sind. Aber ansonsten war alles prima. Wenn euch diese Wanderung auch gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch sowie über Kommentare sehr freuen. Also, bis dann. Ciao, ciao. Alle machen's gut. Schaut nächste Woche auch mal wieder vorbei. Da kommt die Etappe 13a vom Saarland-Rundwanderweg vorbei. Das heißt, ihr seht dann die erste Etappe der Bliesgau-Schleife. Und jetzt sag ich Tschüss und bis nächste Woche. Die Etappe der Bliesgau-Schleife. Und wieder am Auto. Die Tour hat uns eigentlich gut gefallen. Das einzigste, was uns gestört hatte, war, dass man an der Landstraße war. Untertitelung des ZDF, 2020